hallo und servus meine lieben und herzlich willkommen hier zu einem neuen video bei unserer schönen shopping list es freut mich dass ihr wieder mit am start zeit ja und nach der letzten woche wo es ja ausschließlich um animationen in swift ui ging was ja in meinen augen auch ein spannendes thema ist widme ich mich nun aber mal wieder unseren kleinen langzeitprojekt der shopping list von der ich immer noch nicht so genau weiß wohin die reise gehen wird aber das macht ja nichts wir gucken einfach mal und ich habe mir jetzt als thema für das heutige und in gewisser weise auch für das nächste video mal wieder die markets rausgeguckt und zwar soll es konkret darum gehen diese nun bearbeitbar zu machen und wir werden das in zwei schritten abhandeln heute ist sozusagen der größere brocken dran wo es wirklich darum geht diese bearbeitbarkeit umzusetzen zu testen ausprobieren blablabla was so dazugehört und im nächsten video was dann erscheint kümmern wir uns noch ein bisschen ums refactoring das refactoring bezieht sich auch auf punkte die wir jetzt schon angehen könnte stichwort navigation bar items modifier der wo ihr mich ja auch dankenswerterweise darauf hingewiesen habt inzwischen deprecated ist das werden wir in dem zug wenn wir jetzt eh an den markets views arbeiten auch noch entsprechend umändern dass wir hier stattdessen den toolbar modifier nutzen das machen wir jetzt aber nicht in diesem video mit das gehen wir dann wie gesagt im nächsten an worum es also konkret gehen ich zeige euch das mal ich habe hier die app ganz frisch bei mir im simulator installiert es geht jetzt tatsächlich auch nur um die markets ansicht nicht um die shopping items so dass wir hier bisher haben das kennt ihr ja sehr wahrscheinlich schon wir haben hier in markets diesen button in der navigation bar können hier ja einfach märkte erstellen mit notizen wenn wir das wollen auf 23 sehr kreativ können das ganze speichern und dann tauchen die hier auf aber das war's ja also es fehlt jetzt noch jegliche bearbeitungs logik wie zum beispiel das worum es heute geht das ändern der informationen die wir für einen market erstellt haben weil dieser market ist jetzt in stein gemeißelt angenommen ich habe mich verschrieben will die notizen ändern was auch immer habe ich im moment keine chance ja ich kann dieses ding nicht mehr anpassen genau das wollen wir heute angehen aber auch langfristig sind noch andere dinge interessant wie zum beispiel das löschen auch das fehlt bis dato komplett genau das sind einfach so die dinge markets ist sehr rudimentär wir können sich hinzufügen und das soll jetzt eben ein bisschen ausgebaut werden so um das ganze hier umzusetzen springe ich zunächst einmal in unsere ad market view punkt swift datei das ist jene datei in der die ansicht umgesetzt ist mit der wir neue markets erstellen ich zeige das noch mal kurz das ist dieses ding hier sozusagen ja das in seiner ganzen bracht befindet sich in dieser structure at market view ich dies gerade mal runter genau ziemlich viel code aber ja das ist eben unsere ad market view und womit ich beginnen möchte ist die sozusagen ein bisschen zu reflektoren und in mehrere bestandteile zu untergliedern denn letzten endes wenn es darum geht bestehende markets zu bearbeiten können wir endlich bei den shopping items genau diese ansicht auch hernehmen und das soll auch das ziel sein das bedeutet wenn wir hier ein market haben können wir den auswählen genau wie bei den shopping items und dann landen wir in dieser ansicht wir bekommen dieses formular zu sehen allerdings mit bezug auf den ausgewählten market und nicht wie hier auf einen komplett neu zu erstellenden market und so etwas lässt sich in meinen augen wirklich sehr schön mit zwift ui umsetzen man muss sich halt im vorhinein gedanken darüber machen wie man den code und in dem fall ganz konkret die views strukturiert und wir haben hier einen kleinen vorteil mit denen wir bei den shopping items nicht hatten ich gehe da gerade mal rein und das zeigen zu können bei den shopping items seht ihr haben wir im endeffekt ein ähnliches konstrukt wir haben eine allgemeine shopping item view und dann eine einzelne an sich zum hinzufügen und eine edit an sich zum bearbeiten dasselbe prinzip werden wir jetzt auch bei markets haben allerdings haben wir den vorteil bei shopping item view bei dieser generischen view die sich um sowohl die bearbeitung als auch das hinzufügen kümmern kann arbeiten wir mit beindings weil bei den shopping items sowohl der dummy als auch der konkrete datentyp aus der core data model zum einsatz kommen kann das sind zwei verschiedene typen deswegen bilden wir hier die verschiedenen eigenschaften mit beindings ab bei den markets brauchen wir das nicht weil wir schon beim hinzufügen auf die konkrete core data entity gehen beim bearbeiten ja sowieso da haben wir dann eine konkrete market instanz können wir die direkt nutzen und sparen und somit jetzt das erstellen eines formulars mit mehreren bindings aber gehen wir das doch mal durch das bedeutet die quintessenz ist zunächst einmal hier aus unserer market view den teil zu extrahieren den wir allgemein immer brauchen egal ob es um das hinzufügen geht oder um das bearbeiten von markets und das ist tatsächlich relativ simpel denn das steckt alles hier in diesem formular wir brauchen nicht die navigation für auf der obersten ebene denn ich springe gerade noch mal den simulator wenn ich von hier aus ein element auswähle ein market und dann wie wir das auch bei shopping items gemacht habe den navigation stack pushe dann brauche ich natürlich nicht in meiner ziel für wieder eine w navigation view das wäre falsch deswegen für die view zum hinzufügen der markets ist das vollkommen legitim aber der teil da drin dieses formular das soll also ganz allgemein für alle markets gelten egal ob ich sehen zufüge oder stelle und auch was wir hier haben mit cancel und save button das kann erst einmal so im in der market view bleiben denn bei der bearbeitung brauchen wir zum beispiel diesen cancel button nicht da haben wir dann einen zurück button den wir schnell nutzen und auch was diese on disappear logik betrifft das sind alles sachen die sind jetzt speziell auf diese market view gefußt die können dort drin bleiben vollkommen legitim aber dieses formular das ist das was wir wollen und damit fange ich auch mal an und dazu gehe ich mal auf die oberste ebene und erstelle analog dazu wie wir es bei den shopping items gemacht haben eine view namens market view und das soll eben jene ansicht sein die diese allgemeinen generischen informationen darstellt die greifen wenn ich markets erstelle oder markets bearbeite und das habe ich gerade eben schon gesagt das ist im endeffekt dieses formular so wie wir sie haben ich schneide das mal ganz frech raus füge das hier ein so und damit das erst einmal funktioniert braucht market view natürlich informationen in diesem fall ganz konkret welcher market soll bearbeitet werden und das bedeutet dass übergeben wir dieser view in form eines observed objects damit wir es auch bearbeiten können und dass wir jetzt einfach anpassen müssen dass es eben dem aufbau der market view geschuldet wo wir hier dieses konstrukt mit dem initializer und der der state object property haben ist dass wir hier noch die beiden bindings anpassen die für das text fehlt und den text editor übergeben werden so weil dort brauchen wir schon mal gar nicht das project value wir können direkt auf die jeweilige instanz zugreifen das heißt dieses new market project value an beiden stellen ersetzt sich einfach durch dollar market und dann bekommen wir hier das passende bei ding ja das ist jetzt schon mal ganz simpel unsere market für ich komme auf meinen spick zettel mehr brauchen wir tatsächlich auch nicht ist eine schöne kleine view die halt einfach sagt okay wie sieht unser formular aus um ein market anzuzeigen egal ob wir es erstellen oder bearbeiten sehr generisch sehr schön sehr swift so und dann gehe ich jetzt natürlich noch in unsere market view wo ich eben dieses formular rausgezogen habe und binde dort jetzt natürlich eine instanz dieser market für ein so die braucht einen market den haben wir hier in form dieses new markets wichtig ist nur new market ist in diesem fall explizit als state object instanz definiert das heißt die kann ich so nicht als observed object übergeben sondern muss noch auf das enthaltene value zugreifen über die eigenschaft rapt value das ist so ein kleines detail was man bei dieser konstellation wie es hier bisher umgesetzt ist einfach beachten muss und dann sind wir gut to go also wir haben bis jetzt mehr oder weniger noch nichts geändert außer den code zu reflektoren indem wir jetzt sagen okay dieses formular was wir bisher in dieser navigation für angezeigt haben ist jetzt die market view das erlaubt es uns jetzt aber und das ist eben das besonders schön daran entschuldigung parallel auf meinen spickzettel ich mache das jetzt mal direkt unterhalb von market view wir können jetzt eine weitere view erstellen die edit market view und das ist ja die die ich jetzt haben möchte um bestehende markets auszuwählen und die bearbeiten zu können und dort soll ja auch als basis genau diese view greifen die wir jetzt so schön extrahiert haben und das können wir jetzt hier auch passend einbauen das bedeutet unsere edit market view in ihren grundzügen ist zunächst einmal auch eine market view brauchen wir auch nicht in eine navigation view packen denn hier gehen wir davon aus wenn das ding erscheint ist es bereits teil einer navigation view und müssen hier ein market übergeben okay auch hier ist es eigentlich genau wie bei der market view selbst diese market instanz müssen wir dafür irgendwie reingeben dass hier eine bearbeitungs view die muss also eine information bekommen was sie bearbeiten soll bedeutet gleiches spielchen das bekommt sie als parameter hinein gegeben und dann können wir entsprechend so auch unsere market view initialisieren schön und gut das können wir im endeffekt da mache ich vielleicht gerade mal hier eine kurze pause und springe gerade mal in unsere markets list navigation view einfach unter dem aspekt dass ich sage okay wir haben jetzt eine bearbeitungs view die zwar bisher einfach nur dieses formular anzeigt aber um testen zu können ob das funktioniert ändern wir das mal in unserer markets list navigation view genauer gesagt in der markets list von der aus will ja diese bearbeitungs ansicht anzeigen wollen genau das ergänze ich dort jetzt noch und dazu erstelle ich jetzt mal unterhalb von markets list eine neue view namens market sell ja auch sehr straightforward wenn mich inzwischen kennt auch wie ich mit software arbeite weiß dass ich ja immer sehr gerne mit so süßen kleinen views arbeite und entsprechend mache ich jetzt auch für diese zellen die einen eigenen einen einzelnen market darstellen auch eine eigene view auch die bekommen einen market als parameter so und alles was hier drin passiert ist das ist eine navigation link als titel kommt der name des markets zum einsatz der hier übergeben wird den ich auch anpassen kann hier ist wieder die besonderheit wir arbeiten mit core data diese eigenschaft ist optional und um das jetzt hier nicht simpel zu halten sage ich einfach sollte es aus irgendeinem grund keine namen geben sollte der nil sein dann zeigt hier einen leeren string gut und die destination ist unsere eben erstellte edit market view die als parameter einen market erwartet das ist jetzt unsere zelle auch sehr einfach sehr straight forward und die binde ich jetzt an der stelle ein wo bisher diese einfache textansicht als zelle dient dann nutze hier also die neue market zell übergebe den market und das war's und das können wir jetzt mal testen kachingi bingi gucken uns das mal an so hier haben wir das ding und das erste was jetzt in der markets ansicht auffällt ist tatsächlich dieser schöne bobble der disclosure indicator der ansagt okay du kannst mich auswählen das ist sehr gut und ich gehe mal drauf und das sieht tatsächlich schon mal auf den ersten blick sehr sehr gut aus wir sehen es meint das formular dass wir bereits von der ansicht zum hinzufügen neuer markt zerkennen das ist jetzt unsere generische market view die wir hier initialisieren wir sehen aber auch die eigenschaften des markets den wir erstellt haben sowohl den namen als auch die notizen das bedeutet also diese market view funktioniert auch bereits wie sie soll eben auf basis dieser market view und jetzt muss ich nur tatsächlich mal gucken das dauert jetzt noch ein bisschen länger als gedacht das tut mir leid deswegen mache ich an dieser break wir haben jetzt mal die bearbeitung soweit vorbereitet dass wir für das formular eine allgemeine generische market view generiert haben die wir jetzt eben sowohl für die erstellung als auch die bearbeitung einsetzen können haben diese erste version der bearbeitungsansicht umgesetzt die jetzt noch so simpel ist wie sie nur sein kann die erwartet einen market und initialisiert daraus eine market view instanz zusätzlich haben wir die market für auch angepasst dass die eben nun auch diese market view nutzt bedeutet eben auch sehr schön wenn ich jetzt etwas an diesem formular ändere wenn zum beispiel neue felder hinzukommen oder ich bestehende felder anpasse wirkt das sowohl für das hinzufügen als auch das bearbeiten das ist halt einfach klasse und wir haben auch schon dafür gesorgt dass wir diese bearbeitungsansicht aus unserer list ansicht heraus aufrufen können und genau wie gesagt dann mache ich an dieser stelle jetzt gerade mal einen kleinen cut und dann im nächsten video bevor wir das ganze noch weiter reflect dann auch kümmere ich mich darum oder kümmern wir uns darum dass diese edit market view eben die bearbeitung erlaubt in gewisser weise geht das ja jetzt auch schon ja ich kann hier den namen ändern und anpassen nur wird das ganze jetzt noch nicht persistent gespeichert und ich möchte hier auch noch eine besonderheit integrieren deswegen will ich da auch für ein bisschen mehr zeit haben wir werden hier die bearbeitung ein bisschen abändern und werden nicht sagen okay wenn die view verschwindet ja also dieser typische ich blende das aus und dann speichere ich effekt so habe ich das ja bei den shopping items gemacht hier machen wir das mal ein bisschen anders um auch mal eben andere methoden sehen zu können und werden stattdessen in der edit market view auch einen speichern button integrieren und nur wenn dieser speichern button betätigt wird wird werden auch die änderungen gespeichert ansonsten wenn er die view verlässt ohne speichern betätigt zu haben werden die änderungen verworfen ja das ist jetzt auch nicht der weißheit letzter schluss ja gerade einfach änderungen zu verwerfen ohne den nutzer zu waren ist jetzt auch nicht so die mega idee aber einfach mal um zu sehen wie würde man so etwas umsetzen gehen wir das bei der market view einmal an okay freunde damit sind wir wie gesagt am ende von diesem video angelangt ich hoffe es hat euch gefallen und dann freue ich mich wenn ihr im nächsten video wieder mit dabei seid und wir die edit market view in einer ersten version zusammen abschließen bis dahin habt eine schöne zeit und macht's gut